Hallo und Willkommen zurück, meine Damen und Herren, ich bin Herr Odo. Wir sind zurück mit The Federation mit den Ferengi. Das letzte Mal haben wir einen Haufen Geld an alle Unternachter bezahlt, dass wir uns in Frieden lassen. Ich habe vor, das weiter zu machen. Das ist die beste Art und Weise, damit umzugehen. Wir sind einfach gut im Geld machen und alles andere können wir nicht so gut. Das heißt, ich habe vor, einfach weiter hier zu arbeiten. So, need to be done. So, schauen wir mal, Min-Taka. Brauchen wir das auch? Ah, verdammt. Wir haben auch die Federation getroffen. Das ist immer neutral. Ich hasse die Föderation. Mist, wir müssen, wir müssen da hin. Ja, damit sie uns wieder mögen. Ich will die nicht verlieren an die Föderation. Okay, ihr wollt ein Warpact gegen die Klingons. Hm, und was wollt ihr? Ihr wollt Geld? Was, wenn ich euch beide ignoriere? Einfach. Ich will ihn nicht gegen die Klingonen im Krieg führen. Und um ehrlich zu sein, ich will auch nicht den Klingonen Geld geben. Die Donus passt so. Vielleicht. Wir kommen eins nach dem Aper. Ja, fünfte Aper. Mh. Mh, ich will hier, nach unten sagen, dass ihr entlang... Min-Taka... Wir wollen das Geld aufheben für die Galassianer, oder für die Galassianer in dem Fall. Immerhin wollen wir nicht so viel Geld. Ich habe sowas hier. Gerade noch genug Geld. Kann man das kaufen? Ja. Kann. Finde ich gut. Gut. Finde ich sie. Gut. Das wird raus. So. Wo sind wir? Ja. Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass das ein Problem ist, weil viel schlimmer kann es immer mehr werden. Okay, können wir die auch kommen? Yes, kaufen wir doch kein. Drei davon. Zwei davon, nein, haben wir auch drei. Okay, bei uns passiert nicht alt viel. Relationships. Ja, aber... Ich nehme an, die Föderation hat ihnen auch Geld gegeben. Ich hoffe, sie bringen sich gegenseitig. Ist das Ding... Abhör-Post, Behör-Post... Dann ist er weg. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Ich hoffe, die Romulana zerstören. Noch ein paar Sachen. Nachdem die Romulana derzeit weiter weg sind als wir, als die Christianer, hoffe ich, dass die Romulana eher gewinnen. Okay. Ähm... Ja... Ab nächster Runde... Ab nächster Runde machen wir dann... Produzieren wir dann ein bisschen zumindest bevor wir was kaufen. Ansonsten könnte passieren, dass wir zu wenig Geld haben. Okay. Ich freue mich. Ughh... Euch werden das Comic-Curl mal ge888 nur geblieben. Es ist gut. Aber wir brauchen das hier noch mehr Essen. ok für den krieg das ist noch besser absolut großartig ja Ach, ich hasse euch. Wollt's gehe? Ich hatte es gerade Krieg. Weißt du, ich gebe es um, weil ich nicht so bin. Und weil ich Angst habe vor möglichen Auswirkungen. Also wenn ihr Geld gegen die ankämpfen. Ah, und das ist hier genau. Okay. Vielen Planeten hat die Föderation oder nicht? Was sagt sie jetzt? Wäre das großartig? Also will ich schon. What can I trade? Von Talma gibt es. Ist ja nicht. Hmm. christianer und romulaner füllen keinen jetzt ruhig weiter führen kann den krieg und eines noch noch zwei oder drei von denen und eine dilizium repinary bomb auf jeden fall wieder mehr sachen machen ok nicht jetzt ein amphibian 3d mit der rome ok und die marion ja zwei neue 3d nicht schlecht ausgezeichnet man muss jetzt eine neue geben oder eine alte neue so oder eigentlich ja die zeiten noch noch wohl kann Uff, du wirst aber fehlen gehen. Oh, die haben Level 4 Farmen. Bist du irre. Das ist großartig. Das machen wir als erstes. 300 Reserves. Das ist absolut Ehre. Das machen wir als zweites. Winktab 1 machen wir als drittes. Und dann Trades. Das ist so schnell. Absolut cool. Jetzt müssen wir uns außerdem noch nicht Gedanken darüber machen, dass wir einzelne Constructions bekommen. Ich bin super. Ich hab mehr. War doch, war ich erst da. Ich hab mir den Wecker nämlich das immer gestreben. Kaufen wir. Kaufen wir. Noch ein Demand von jemandem. Blöge Romulane. Ich hasse euch. Was wolltest du? Das ist eh. Fängt das überhaupt los? Ach ja. Was soll's? Wieso nicht? Wir brauchen mehr Truppen. Wir brauchen mehr Shippernakel. Okay. Nachdem wir das haben. Achso. Und den Tower of Commerce müssen wir auf jeden Fall bauen. Und so bringt es echt viel zu. Das Aquacenter müssen wir hier auch bauen. Wir brauchen mehr. Na gut. Um Fähring hier. War nicht so kalter Spawn. Ja. So. Das ist ein Teil der Vibinie. Oh. Du kannst es auch mal nachbächtigen. Und die Vibinie. that privatedir. Ich mache es kurz zu strijten. Ich mache es schon mal hier. Was will ich hier? Die Vibinie. Ich habe es schon mal hier. Okay. Du kannst es trotzdem nicht nur hier. Vielen Dank. Wir machen gleich gar nichts. Wir brauchen nur unser Reich. Wir sind schlechte Eroberer. Jeder, der uns zuschaut, muss denken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 So. 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 Okay. Okay. So. ich bin noch nicht mal sicher was irgendeinen unterschied macht in dem spiel ob wir einfach ein dies machen 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 wir einfach noch eine Hunde dafür und danach Was ist das? Shield Generator Okay, das kostet beides 50 Nochmal Orbitalbatterien So Was ist hier so schnell? 1 oder 2 Colony Ships, dann ist nächstes 1 Ahem, ahem, ahem Ahem 1 1 2 1 1 1 1 1 1 jetzt 500 zusätzliche research schips und wir dann bauen wir ab jetzt nur noch light raiders und walkthrough sich an den krieg einnehmen können sagen wir noch ganz ganz viel was heißt ich würde euch auch geben wenn ihr das macht wir sparen euch mit so was muss das gefällt mir gar nicht bist du weg wird uns so wie man report da jetzt ein pass von Was sind die Flüchtlinge? Mal hinterher. Okay, jetzt. Was haltet hier? Ja, lot of fun. Wenn wir euch nicht, wenn wir einen Sting, was wir hier? Was wir hier? Oder? Wieso sollte ich dann nochmal das machen? Das sind die Flüchtlinge. Führt ihr einfach den Flüchtling mit den Flüchtlingonen und alles andere ist uns egal. Könnt's machen, das ist so. Wir wollen keinen Flüchtling. Trade Center. Worte. Na gut. Da wird die Allerie. Grabwalk Cruises. Okay. Hier kauft's noch ein wenig. Flüchtling. Ich glaube, ein Schwein pfälft. Mhm. Flüchtling. Ich glaube, ein Schwein pfälft. Genau. Ähm... Socht' ich... Okay... Okay... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And next round. Yes, call on the ship. And here. And here. And here. And here. And here. So. So. And here. 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 And here.